Hör auf! Hör auf! Ich hab noch ein halbes Leben. Okay, warte kurz, Spitzacke. Sein Kopf, sein Kopf, ich muss. Lass es. Wo ist eigentlich dein Lederhut? Hast du ihn schon verloren? Verbrannt. Du bist das. Ich hatte keinen Bock mehr auf ihn, ich hab ihn verbrennen lassen. Ja, deinem zeitweiligen Körper gleich mitnach. So, ich hab dich doch ja mal Quark, der wird niemals niemals sterben. So, äh, ich trink mal kurz heimlich was. Ganz heimlich. Alter, ich trinke mich ja gar nicht zu gering, ich hab die ganze Zeit was. Lecker! Aber das war's! Wir haben jetzt den Spiel des Spiels gewonnen. St WHAT DO HAPPEN? Ich hab jaosität verbracht. So, wie wissen wir diese? Also da ist die Stadt. Ich hab ja nicht gesagt, wir haben hier ein paar Mal. Ich weiß ja eigentlich, wo ist das hier? Ich bin mal irgendwo. Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. gut auch die 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 st die hier ist ein Leopard ich brauche unbedingt eine Hand k das nervige Gacker Hühnchen lebt übrigens doch noch Sagt ich doch. Nein, ich glaube, ich brauche ein Stück mehr Spinnenseide. Oder? Bitte sag mir, dass es so war. Ja! Okay, geht noch. Geht, geht. Äh, anstatt den hier. Ich gehe angeln. Mann, wo sind die Sachen hin? Mann. Hey, was geht? Nicht angel. Das wird jetzt das spannendste LP aller Zeiten. Letzt angel. Du bist nur angel. Ich habe ne angel. Seit toll ich hab auch zwei Jahre. Ha, ha. Vater nein, ich will ja, na Gott sei Dank. Hallo, Fische. Da seid ihr ja. Da seid ihr ja. Kann man, kann man, Fischi? Eigentlich beißen die Fische bei mir sonst immer sofort. Und beim Let's Play natürlich nicht. Oh, Mann. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber Fischi. Ich krieg nicht. Ich hab mich nicht. Ich hab' nichts von mir. Ich hab' nichts von mir. Wie ich natürlich mag ich nichts von mir. Ah, nein! Geh nicht in mich! Geh aus mir raus! Toll, wahrscheinlich hat in der Zeit gerade einen Fisch angebissen. Nein, und jetzt! Ja, du musst jetzt kurz für die Unterhaltung sorgen. Ich bin hier nur am Angeln. Geh aus mir raus! Ich hab' mein Letzt Play gesehen, da hat einer ganz Zeit nur geschweigt. Oh Gott, nochmal kurz. Weißt du, du bist hier so da jetzt gerade für mich gut. Komm, Leopardy, Leopardy, wo bist du jetzt hin? Ja, jetzt sind sie weg. Jetzt, wenn ich für Schabe, sind sie alle weg. Ne, ist ein Biblio-Party. Das ist auch mal geil. Dort, wo ich jetzt gerade eine, eine... ...eine Tomo gebaut will, ist auch Eisen. Da, du willst essen? Da, da, gut da. Was ist das für eine gierige Katze? Drei Rohr Fischer, hat sie genommen. Gimm mir einen Fisch, come on, gimm mir einen Fisch. Putt, 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 guck mal, ich hab' wieder Fische. Komm, willst du meine Katze sein? Willst du meine Katze sein? Gieriger. Sowas von gierig. Gierig. Der hat alle meine vier Fische gefressen. Fettsack. Ich geb' jetzt noch einmal einen fünften Fisch. Weil ich fördere es. Putt, 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 putt. Wo ist putt, putt hin? Da hinten ist das verschlagene Biest. Komm. Komm. Pathfinding. Finde den Path. Klar, war klar, ich bewege mich und sie... Komm. Putt, putt, putt. Rieche den Fisch. Liebe den Fisch. Gute Katze, komm näher. Boah, was bist du für eine... Was für ein Verfressener. Komm schon, ich brauch' Creeper-Schutz. Ich find's lustig, dass Creeper Angst vor Katzen haben. Was? Ich frag mich, warum. Was? Das Creeper halt. Toll, jetzt ist die Katze abgehauen. Was für ein verschlagenes Biest. Nimmt sich vier meiner Fische und rennt weg. So, ich würd' mal sagen, ich ende dann hier auch die Aufnahme. Nö. Mö. Nö ich bin noch ein Part. Wir sind hier grad so gut und dazu bin ich grad noch am arbeiten. замет für alle. Dass der letzte Part, ich dafür. Was ich bei der Letzter. nein ich beende das jetzt hier. nein. lieg darf�ad noch einen Pakt altar. Ach, Errungenschaften was brauche ich denn eigentlich alles noch für Folle? Ich hab ne die, dass der letzte Part und bei Goten im Jagdbrand zu wachsen. Schild Anspielung und es ist ein Kilometer ein Stück von mir eine Lohre zurück zum Abenteuer da die Mitte bis jetzt rausgegangen mit dem Schamier noch mal es ist auch ein paar Töckchen dann habe ich auch gemüt auf einer Träger dass man nicht dafür dafür aufnehmen müssen Nein, lass Ich beende jetzt hier die Aufnahme, weil ich weiß sonst nicht, wie Parts und so laufen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufgenommen Ja, wir haben noch nicht eine Stunde, glaube ich Warte, kommt schon noch die eine Aufnahme, weil ich muss noch mal kurz den PC regenerieren Kennst du das? Also das kann noch die eine Aufnahme und das war's dann Jetzt ist es Das ist doch so unfair, ich habe den Fisch gegessen, jetzt kommt diese verschlagene Katze wieder hierher Nein, ich stoppe jetzt schon mal die Aufnahme, wir können gleich noch, wir können gleich noch mal, wir können gleich noch mal was machen Aber gerade ich muss hier kurz noch mal was zu Ende brauchen Ich stoppe jetzt hier, erstmal die Aufnahme Wir können auch gleich ein bisschen Hunger-Gänz Wenn also noch jeder keine einst der Karte dafür brauchst du übrigens ein Steinspitze weiter es hat aber was da muss man sagen er hat uns hat es da ihr ganz tollste Prozent Prozent Opsala hast du ge- Oh ey, alter! was denn? hast du meine Faltühe abgebaut? Nein. Egal. Ich beende dann mal hier die Aufnahme. Warte heute muss Gott auf die Faltühe da hinsetzen. Ach übrigens, ich hab ne Faltühe. Das ist toll. Ja, ich hab da auch reingesetzt einer. Okay, also Eisenerz in den Ofen, Kohle. Wieso hast du alle Kohle mitgenommen? Ich hab alle Kohle. Ich hab nicht alle Kohle mitgenommen. Du hast die gesamte Kohle für Ziegel verbraucht, Klaas. Was? Naja, okay. Ich mach dann hier kurz Aufnahmestopp und... ...